Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, ist vor ein paar Tagen die legendäre Tomodachi Live Videoreihe zu Ende gegangen. Es gab ein packendes Finale, ein sehr, sehr cooles Ende meiner Meinung nach. Und was ich öfter gesehen habe bei anderen YouTubern, ist, wenn die irgendeine Videoreihe hatten, dass die am Ende des Ganzen nochmal so einen kompletten XXL-Blogbuster rausgehauen haben, wo alle Folgen in einem Video versammelt waren. Und ich dachte mir, diese Reihe eignet sich perfekt, um das einfach auch zu machen. Die schneiden einmal alle Folgen zusammen, muss man nicht nach irgendwelchen Playlists suchen oder irgendwie die ganzen Videos einzeln abrufen oder so und haben das einmal schön gesammelt in einem Video. Holt euch was zu trinken, was zu essen und gönnt euch die gesamte Geschichte. Viel, viel Spaß. Eine paradiesische Insel, mitten im blauen Ozean. Aber sie hat noch keinen Namen. Wie soll deine Insel heißen? Also ich habe einen perfekten Namen dafür, dass ausschließlich Streamer und YouTuber auf diesem Ort, also auf dieser Insel wohnen sollen. Finde ich auch, dankeschön. Dein Ebenbild beginnt hier, sein neues Leben als erster Einwohner der Insel. Zweitens solltest du aber ein Mia stellen, das so aussieht wie du selbst. Oh, ich werde es so viel schöner machen als mich. Ich bin Taminas Well. Alle nennen mich nur Mina. Mein Geburtstag ist der 27. Das ist doch 1 zu 1 ich. Der Charakter von Mina. Lebhaft. Erster Eindruck offen. Charakter intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch, bereisterungsfähig. Kann auch harte Arbeit als spannende Herausforderung gesehen. Das ist gelogen. Das stimmt tatsächlich gar nicht. Hoffentlich wird Mina sich auf Hölle wohlfühlen. Ja, ganz sicher wird das passieren. Oh, mein Haus! Sie ist ein Icon. Sie ist eine Legend und sie ist der Moment. Hallo, ich bin Mina. Nanu, du siehst ja aus wie... That's what I'm saying! Besuche Mi-Charaktere in ihren Zimmern, um mit ihnen zu interagieren. Berühre zunächst die Sprechblase, um zu hören, was dein Ebenbild zu sagen hat. Ich habe Hunger. Same. Oh, gerade hat der neue Supermarkt eröffnet. Gehen wir hin und kaufen etwas, was Mina mag. Perfekt. Wieso ist es so cursed, dass hier einfach so ein Real-Life-Bild ist? Du kriegst Schokolade. Weil das ist auch etwas, was ich als Grundnahrungsmittel sehe. Das fand sie absolut lecker. Same! Ich finde, das ist real und akkurat. So ganz allein auf der Insel ist doof. Ich wünschte, ich hätte Gesellschaft. Wenn es da nur jemanden gäbe. Hm, wenn es da... Also wenn es da nur... ...jemanden gäbe. Ich bin Maximilian Knabe. Alle nennen mich nur Heno. Nehmen wir. Spricht sehr direkt, ist sehr lebhaft, sehr sorglos und sehr speziell. Abenteuertyp. Energiegeladener Typ, der nicht zu stoppen ist, wenn etwas einmal angefangen hat. Handelt oft, ohne viel drüber nachzudenken. Passt. Ich gehe mich gleich einmal vorstellen. Okay, Girlie Pop. Mach das. Genau so ist es damals passiert. Genau so. Lass auch die Minen-Charaktere deiner Freunde hier auf Hölle wohnen. Ja, das werde ich... Das ist die ganze Idee dahinter. Oh, what is this? Natürlich ist er direkt im Fernsehen. Ich kann euch neue Bewohner anmelden oder Informationen zu bereits gemeldeten Bewohnern eingehen. Mhm. Danke fürs Zuschauen. Perfekt, Digga. Ja, wollen wir direkt ein neues Mie registrieren? Mir fehlt hier nämlich noch jemand auf die Schnelle. Ich bin Sebastian Stasi. Alle nennen mich nur Stasi. Perfekt, das ist es. Oh, ich bin selbst in den Nachrichten. Oh mein Gott. Das ist jetzt schon so gut. Es ist jetzt schon ein Traum. Alter, 111 Euro? Oh ne, der Moment habe ich insgesamt 25. Ja, komm. It's fine, I guess. Gut, dann gucken wir mal, was hier noch weiter abge... Warum ist dein Herz? Girlie Pop, warum ist dein Herz? Angeblich hat sich Hanno in mich verletzt. What the fuck? Das ging tatsächlich ziemlich schnell. Holy shit. Das ist halt 10, nicht mal 10 Minuten. Was ist hier los, Digga? Scheint es, als könnte Wiener ein wenig Hilfe gebrauchen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Meinst du wirklich? Now, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Das hört man. Das hört man total, dass du ganz aufgeregt bist. Jeder Mensch hat etwas, das er nicht aufgeben will. Ja, bei mir ist das zum Beispiel Oversharing auf Twitter. Anyway. Got me giggling and kicking my feet, seit ich weiß, dass Hanno auf mich steht. Was ist hier los? Oh! Eilmeldung. Nach langem Warten wurde nun endlich die Boutique-Aufrolle eröffnet. Es gibt jede Menge Kleidungsstücke. Es werden verschiedene Stile, wenig leer und formell abgedrückt. Model. Einmal model. Sterzig Slate, he dead. Okay, anscheinend geht hier nicht viel ab. Es geht allen so... Das geht also anscheinend allen gut. Ja, dann gucken wir uns den Klamottenladen mal an, würde ich sagen. Wowie. Ein Weihnachtspulli, ein Mantel, ein Steppmantel, Sweater-Weste-Kombi, auch süß. Es ist wirklich das Sparkassen-Nenu-Outfit. Eins, zwei, eins. Ja komm, wir brauchen erstmal nichts. Übrigens, drückst du den X-Knopf, kannst du ein Foto vom oberen Bildschirm machen? Mit Y machst du ein Bild vom Touchscreen. Ich muss mal ganz kurz den X- und Y-Knopf auf meinem 3DS suchen an der Stelle. Kannst du den mal zeigen? Na klar. Das ist er. Das ist mein 3DS. Wowie. Ähm, wo ist denn mein... Ah, ja. Yep. Perfekt. Aha. Warte. Aha. Yep. Ich hab's gefunden. Gut. Dann wissen wir das auch. Ja, wirklich klasse, Babe. Wen machen wir als nächstes, Leute? Kalle. Gut, wenn Max sich Kalle wünscht, machen wir Kalle. Ich bin Kalle Koschinski. Ja, komm, Digga. Ich hab jetzt so viel Zeit. Also komm. Spricht schon direkt. Ist ziemlich lebhaft. Ich würde nicht sagen, dass er großartig sorglos ist. Ich glaube, er denkt viel nach. Und er ist schon speziell, aber nicht so heno-stärzig-Mentilnis-komisch-speziell. Arbeitet aus Überzeugung hart, strengt sich hochgesteckte Ziele am liebsten an. Ist aber nicht mal sehr verplant. Ey, passt! Was geht denn hier ab, hä? Etwas kühl heute. Findest du nicht? Ich hab hier gerade ganz andere Fragen, mein Kumpel. So I'm sitting there. Barbecue Sauce on my titties. Yes. Was geht bei Kalle? Ich habe gehört, dass Mina mit mir befreundet sein will. Klaro. Vielleicht sollte ich einmal mit ihr reden. Safe. Bitsch! Ha! Ha! Nice! Cool! Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Traum. Wir brauchen ein weiteres Girl. Ich bin Pia Shoyoka. Ja, komm. Streng dominanter Typ. Ja, perfekt! Kalle ist bei der Arbeit? Willkommen. What? Wann ist das passiert? Der hat sich einfach einen Job gesucht. Der hat sich gammelt hier. Oh! Auf der Hutmacher wurde nun endlich auf dieser Insel eröffnet. Dann gucken wir uns doch mal den Hutmacher an, I guess. Willkommen. Uh, süß. Nächste Person. Ich bin Jasmin Gnu. Lebe auf einen Abenteuertyp. Aber perfekt. Ich will Mina mit jemandem bekannt machen. Okay. Was meinst du? Sollte ich ihr Gnu vorstellen? Na klar. Was meinst du wäre ein gutes Gesprächsthema für die beiden? Hm, Nagellack. Aha. So ist es damals auch wieder genau so, ist es abgelaufen. Oh, ja. Oh, ich denke zu viel nach. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, die beiden haben sich nicht so... Nein! Das ist nicht realistisch. Nächste Person. Wen machen wir jetzt? Les? Ich kann ihm keine pinke Haare geben. Das ist halt das Schlimme gerade. Eigentlich müssen wir Patrick jetzt machen. Ich bin Patrick Patrick. Ja, so irgendwie, I guess. Flirtgranate? Okay. Alles klar. Wir speichern mal, I guess. Wir haben das alle gerade gesehen, oder? Willkommen bei den Mi-Nachrichten um 9 Uhr. Koschinski Süßigkeiten hat ein neues Produkt mit dem Namen Schoko-Schätzchen auf den Markt gebracht. Jedes Schluck dieses neuen Produkts kommt in Form von Schätzen daher. So gibt es zum Beispiel die Sanduhren. Oder die Windspiele. Selbst, wenn einem der Geschmack nicht liegt, sehen sie immerhin noch voll aus. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Frieden für alle Nationen. WTF? Danke fürs Zuschauen. Was? Das Mügelhaus kam den Wünschen vieler Bewohner nach und feierte eine... Check mal nochmal direkt aus. Okay, ich kann mir ja gar nichts leisten. Guten Abend. Moin. Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hatschi. Ich fühle mich viel besser. Guten Abend. Moin. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Oh mein Gott. Von welchem Geld soll ich die kaufen, Queen? Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Kalle, was kann ich für dich tun? Ich habe Drei-Massen-Schneiden geübt. Willst du mal eine sehen? Wenn du auf einen Mie gehst, der schläfst und auf ihn drückst, kannst du ihn anmalen. Gut. Es wird Zeit für jemand Neuen. Wir machen mal Reefd. Ich bin Antonia Rebid. Alle nennen mich nur Reefd. Perfekt. Ich habe gehört, dass Kalle mit mir befreundet sein will. Mhm. Er war das einfach schon richtig. Es ist gut gelaufen. Schön, dass es bei allen gut gelaufen hat. Dass er bei den Leuten, mit denen ich befreundet... Ja. Oh, was geht bei Heno? Ich denke, Nu und ich sind richtig gut befreundet. Aha. Was hältst du von Nu und mir? Alles super. Echt? Dann steht einer noch engeren Bindung ja nicht im Weg. Äh, was? Mehr Leute. Wir brauchen mehr Leute. Ich bin Philly Westzeit. Alle nennen mich nur Tutscher. Ruhig und gemächlich. Ja, perfekt. Ich heiße Kutscher. Ich mache alles halt auf meine Art. Jep. Selbst wenn diese Art seit sieben Jahren League of Legends spielen ist. Schau mich doch nicht so an. Guck mal hier. Das sind Covergirls. Mehr Bewohner. Wir brauchen mehr Bewohner. Ich bin Masat Maluna. Alle nennen mich nur Maluna. Das passt. Lebhaft Kumpeltyp. Ey, wie ich. Perfekt. Beiseldung. Erzähl mir mal. Wird auf dem Aussichtszone stattfinden. Hä? Bei Erzähl mir mal. Können alle möglichen Fragen an die Bewohner gerichtet werden. Ein Q&A auf dem Aussichtszone. Okay, perfekt. Zeit für eine Runde. Erzähl mir mal. Passend für Influencer. Wer wird schwach, wenn man Talente suchen erwählt? Ich. Du hast genug Talent, Queen. Don't you need to worry. Wie ist die Lage? Oh, ich bin am pennen. Okay, es sind gerade ultra viele am pennen. Vielleicht ist das Spiel für abends nicht so gemacht, weil alle halt pennen irgendwann. Oder halt einige pennen, I guess. Oh, können wir einfach in seinen Traum rein? Warum halten wir an? Was ist denn los? Ich wusste gerade an, was echt peinliches Ding... Und? Was war's? Sag ich dir nicht. Perfekt. Ich wollte tatsächlich gerade Mango erstellen. Ich bin Lukas AVMX Mango. Perfekt. Der lang erwartete Affinitätstester wurde eröffnet. Anhand rotueller Abbilder untersucht ein Spezialkomputer. Und zwei bestimmte Personen zueinander passen. Personen des gleichen Geschlechts erhalten einen Freundschaftswert. Personen unterschiedlichen Geschlechts einen Liebeswert. Okay, da müssen wir nochmal Farbe weg. Man merkt, dass das Spiel von 2013 ist. Aber jetzt will ich was anderes testen. Denn da ist vorhin was passiert. Da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Okay, nur Freundschaft. Perfekt. Alles gut. Alles gut. Meine Sorgen sind verflogen. Dann machen wir jetzt mal Nova. Ich bin Antonia Stalettnova. Ja, holt hin. Lebhaft Abenteuer-Typ. Perfekt. Jetzt geben wir noch Richard seine Franzi. Ich bin Franzi Nuventi. Alle nennen mich nur Nuventi. Das haut einigermaßen an. Nüchtern und zielstrebig. Ich weiß ja gar nicht, ob das so stimmt. Hat irgendjemand einen Traum? Ich habe dich seit 50 Jahren nicht gesehen. Ebenbild von mir nah. Du solltest etwas Geld für schlechte Zeiten auf die hohe Kante legen. Ich freue mich schon auf die Musikhalle same. Dann geht es erst richtig los, sobald die Musikhalle eröffnet ist. Wir stellen mal Anni ganz fix. Ich bin Anissa Sedan. Alle nennen mich nur Anni. Das haut hin. Oh, lebhaft extrovertiert. Aha. Slay. Oh, okay. Ich habe Langeweile. Ist nicht irgendwo was Interessantes los? Nö. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Exzentrisches. Ja, natürlich willst du das. Exzentrisch? Ich meine, exzentrisch ist es. Warum gefällt dir das nicht? Nachts steigt bei mir immer die Anspannung. Warum? Dieser Ständer macht mich verrückt. Kutscher ist am Strand. Let's go to the beach. Nova träumt. Und? Hast du genug? Das ist so realitätsnah. Gut. Dieses Zimmer 208 sieht so leer aus. Ich glaube, da wird es Zeit für jemand Neuen. Ich glaube, damit haben wir auch direkt schon unseren ersten Bewohner. Ich bin Kilian Tanzi. Alle nennen mich nur Tanzverbot. Lebhaft Abenteuer Typ, komm. Das passt schon, I guess. Oh, Einmeldung. Hier eine gute Nachricht für diejenigen, die etwas loswerden wollen. Am Strand findet der Meinungsmacher statt. Toll, das ist Twitter. Die Meinungsmacher stimmen Inselbewohner über Dinge ab, über die gebrügelt wird. Ist wohl die richtige Wahl. Klasse. Nur 70 Euro. Ich möchte gern ein Bad nehmen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wann ist es vorbei? La 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 la. Oh. Das hat gut getan. Mir nicht, muss ich sagen. Kann ich Gesichter ändern im Nachhinein? Ich habe nämlich Mist gebaut. Dafür möchte ich mich einmal ganz offiziell kurz entschuldigen. Wartet. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video anfangen soll. Aber ich finde, ich bin es euch schuldig, einmal das zu erklären, damit ihr euch einfach euer eigenes Bild machen könnt, bevor ihr entscheidet, ob ihr mich noch unterstützen wollt oder nicht. Ich dachte, Toni hätte den Standard mehr gewählt. Aber in Wahrheit hatte sie ein Sockigesicht. Und das war mein Fehler. Da habe ich nicht genug aufgepasst. Ich hatte auch eine dunkle Vergangenheit. Nein! Und deswegen habe ich so gehandelt, wie ich gehandelt habe. Ich möchte diesen Fehler wieder gut machen. Das ist das Mindeste, was ich machen kann. Und ich hoffe, dass auch ihr mir verzeihen könnt. Okay. Na, das ist ja überhaupt nicht gruselig und viel besser. Ich will gar nicht wissen, wie es beim Sprechen aussieht. Ich höre oft, ich sei ein richtiger Ironaline-Shanky. Eilmeldung. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Beliebtheitsrang angekündigt. Die Bewohner von Hölle pflegen alle möglichen sozialen Kontakte. Aber wer ist am beliebtesten? Ja, dann gucken wir uns doch mal die Rangliste an. Das entspricht nicht der Realität. Ist schon wieder ein eigenes? Ich bin voll drin im Flo. Es ist eine Pracht. Anders als du reime ich mit Bedacht. Wenn ich reime, dann reime ich wie ein Reimautomat. Niemand flut besser als ich in meiner Gegenwart. Let's go! Was ist denn ein Reimautomat? Deine Unfähigkeit wird so schnell nicht verjähren. Ich hab so viel Flo, ich mach mich nass. Es war ein kulturelles Reset. Es war ein kulturelles Reset. Es geht hier am Hafen. Guten Abend. Die hölle Polizeiwache nahm heute Koschinski fest. Ihm wird vorgeworfen, einem Curry-Senf untergemischt zu haben. Berichten zufolge mischte der verdächtige Koschinski einem Curry voller frischer Mielfölz. What the f**k is that? Das Staat sieht gerade essen wollte. Einfach jede Menge Senf unter. Unfassbar! Ich habe es aus keinem besonderen Grund bekommen. Wir haben einige Indische Wohner nach ihrer Meinung gefragt. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Real. Ich bin Franzi Luventi und das waren die Nie-Nachrichten um 7 Uhr. Vielen Dank, Franzi. Das ist noch echter Journalismus. Warum bist du traurig? Was beschäftigt dich? Warum hast du dir einen Kopf? Ich wäre so gern mit Hanno befreundet. Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Was Lustiges. Guck mal, er kichert. Es ist gut gelaufen. Krieg mal was, mein Junge. Er kriegt eine Wii U-Konsole. Zockt er jetzt? Tatsache. Let him cook, I guess. Oh, er träumt. Können wir kurz stören? Ehrlich gesagt, wir beide haben vor zu heiraten. Nein. Mein Liebes Schand mal. Prinzenrolle. Die Rolle deines Lebens. Guten Abend. Moin. Du hast nicht gemerkt, dass ich in meinem Zimmer gefurzt habe, oder? Oh, da ist sie! Es ist passiert! Als Antwort auf den Wunsch einiger, sich mal so richtig das Herz aus dem Leib singen zu können, wurde heute eine große Konzerthalle auf Hölle eröffnet. Nice. Nuba, das ist mein Reaktion. Ich hoffe, du bist bei dir sofort zu erfüllen. Du bist die Beste und ich glaube, du schaffst das. Danach trinken wir ein komplettes Bifas. Du baust eine ganze Villa auf der Insel. Ich hoffe, ein Gegenstand ist mir auf dem Insel. Du bist das Gewinne. Rihanna Superbowl war nicht so krass. M-m-m. Du bist unser Kunde auf eins. Wir glauben an dich. Der Sieg ist deins. Kunuba, Kunuba, Kun. Das hat mein Herz berührt, tatsächlich. So, wir besuchen jetzt mal Tanzverbot. Ich bin Tanzverbot. Ich handle oft aus einer Laune heraus. Oh. Yep. Ist mein E-Bild in deiner Welt mir eigentlich sehr ähnlich? Sehr ähnlich. Yes. Komm. Spiel mit mir. Oh, das kriege ich ja niemals hin. Es geht los. Aha. Ups. Schade. Ach, komm. Bitte schön. Das ist für dich. Ebenbild von Nina. What happened? Feilmeldung. Wenn ihr Fotos nügt, dann wird euch das hier gefallen. Time for Instagram. Ach, ist das süß. Blue Screen. Geil, da kann ich auch Thumbnails machen. Das ist es für mich. Klasse. Dann machen wir mal Gronkh. Ich bin Eric Range. Alle nennen mich nur Gronkh. Herzlich willkommen zu einem neuen Part Minecraft. Ruhig warmherzig. Ey. Nailed it. Er lacht richtig langsam rein, Stepp. Ich heiße Gronkh. Ich nehme oft zu viel Rücksicht auf andere. Sorry, aber wir reden. Das passt irgendwie so gut. Wenn wir gerade dabei sind, können wir noch jemanden ranholen. Der spielt doch Mario Kart. Der hat doch nen Mi. Unsympathisch TV Mario Kart. Ist das der von Sascha? Ne, ne? Ich glaube, der wird den dicken Namen. Meint er, das ist der? Der ist ja nicht seiner. Ey, wenn ihr das sagt, dann ist es perfekt für mich. Dann mache ich den jetzt nach. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, das ist eins zu eins der Mi. Es passt nicht unsympathisch TV hin. So, er heißt jetzt Unsymp-TV. Unsymp-TV. Ja, sorry, besser geht's nicht. Klasse. Unsymp-TV ist reingekommen. Cool. Super. Von der Seite hittet's. Matteo. Ich bin Matteo Ronja. Alle nennen mich nur Matteo. Ja, perfekt. Besties. Guten Abend. Moin. Warum ist die Beziehung zu mir nicht sehr lustig? Ist es wegen der Umfrage? Sei ehrlich. Anyway. Nächste Person. Ich bin Apo-Rate. Alle nennen mich nur Apo-Rate. Der fährt auf jeden Fall in einem Barberwagen. Oh mein Gott, das Haus ist größer geworden. Mehr Charaktere. Ich bin Tim-It. Alle nennen mich nur Tim-It. Ja. Top. Tristan. Ey. Ich bin Tristan. Ja, das haut hin. Komm. Ruhig und gemächlich. Perfekt. Ich habe mich in Hanno verliebt. Ich muss es ihm sagen. Nur wie? Wie soll ich es ihm sagen? Hm. Das kann jetzt so schief gehen. Aber wann und vor allem wo soll ich es ihm sagen? Und soll ich mich davor lieber umziehen oder besser so bleiben? In Ordnung. Dann nehme ich jetzt allen Mut zusammen und gehe zu ihm. Ich finde dich schon seit Ewigkeiten toll, Hanno. Sag mal glaubst du wir könnten. Na ja, du weißt schon, du und ich. Einen Moment. Nein! Nein! What? Nur ich kann dich wirklich lieben. Nein. Ich war zuerst hier. In der Liebe bin ich also auch die Nummer 1. Wen von uns wählst du aus? Hanno. Nina, ich bin so froh, dass es dich liebt. Oh oh. Ibi! Das war einfach. Oh! 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 Eilmeldung. Das Eiland der Entspannung verfügt über einen Vergnügungspark, ein Café und einen Park. Ah! Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Tolle Jungs angekündigt. Not this. Welcher männliche Bewohner von Hölle ist am beliebtesten? Ist denen das auf einer Klassenfahrt um 2 Uhr nachts eingefallen? Und tolle Mädchen gibt es nicht, ja? Tolle Mädchen gibt es nicht, die Rangliste? Dann weiß ich es mal wieder. So. Was geht im... Da waren wir in dem Park? Ich bin massiv verwirrt. Verzeihung, darf ich? Dein Aussehen ist einfach spektakulär. Dankeschön. Darf ich deinen Anblick im Bild festhalten? Na klar. Neige den Kopf ein wenig zur Seite. Absolut unglaublich. Danke. Du musst nicht rot werden. Grins mich einfach mal an. Stell dir vor, du hättest rohe Eier unter deinen Armen. Hä? Oh, Nachrichten. Willkommen bei den Mi-Nachrichten um 4 Uhr. Ein Ausflug in die örtliche Bibliothek lief aus dem Ruder, als Hanno und P.O.I. verschwanden. Zum Glück wurden sie später wiedergefunden. Berichten zufolge hielten die beiden in der Nähe einiger Bücher ein Nickerchen und gerieten versehentlich beim Blumenpressen in eines der Bücher. Dadurch wurden sie zu gepressten Mi-Charaktere. Anscheinend eignen sich gepresste Mi-Charaktere durch ihre Größe und Dicke perfekt als Lesezeichen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich glaube nicht, dass diese Information wichtig genug für die Nachrichten ist. Ich weiß nicht, wie? Gut. Was geht im Café? Frauen-Treff? Ein paar Mädchen reden miteinander. Aus irgendeinem Grund. Was meinst du? Ehrlich gesagt, ich denke gerade über eine neue Frisur nach. Du solltest die Haare lassen, wie sie sind. Okay. Ehrlich gesagt, ich denke gerade über eine neue Frisur nach. Tu's nicht. Normaler Frauentreffen. Unglaublich gebildet aus. Ja. Sondern das, wenn er als Katze geschminkt ist. Busy die, bussy clean, bussy fresh. Ich glaube, ich habe ein wenig zugelegt. Oh mein Gott. Wie werde ich eine bessere Sängerin? Mazat antwortet halt nicht mal mehr. Ich glaube, ich habe ein wenig zugelegt. Wusste ich's doch. Ich glaube, ich habe ein wenig zugelegt. Ich muss weg, sonst bin ich gleich Zeuge eines Mordes. Holy shit. Ich finde, es ist wieder Zeit für eine wichtige Frage. Letztes Mal haben wir bereits eine grundlegende Frage geklärt. Und da wurde sich auch vernünftig entschieden. Auch heute werden wir wieder eine ganz grundlegende Frage klären. Na, relativ ausgeglichen. Hatte gehört, dass es hier was zu sehen gibt. Was ist denn die Meinung der anderen Leute? Die Gründe für meine Wahl bleiben geheim. Für junge Menschen die einzige Wahl. Unsere Eltern hätten dasselbe gewählt. Da haben wir die Frage des Tages mal wieder geklärt. Perfekt. Was geht bei den anderen? Alter, übelste Gamertruppe. Holy shit. Nichts ist unmöglich. Toyota. Oh! Oh nein. Y'all already know who I am. Ich habe Hunger. Kriegst einen Ehering. Yummy. Mark, du bist aus Norddeutschland. Wenn dir das nicht schmeckt, dann weiß ich auch nicht. Oh. Gut. Perfekt. Ist er tot jetzt? Did he die? Yes. Gut. Tschüss. Ich habe Grimassen schneiden geübt. Willst du mal eine sehen? Klar. Ich hätte gerne einen richtig coolen Hut. Slay. Das gefällt ihm schon ein wenig. Ich glaube, es wird Zeit für neue Bewohner. Was sagt ihr? Wer wird es? Ich bin da, Luca. Ich bin da, Luca. Lebhaft extrovertiert. Slay. Wenn ich bade, wasche ich mir immer den rechten Arm zuerst. Der ist wahrscheinlich auch am dreckigsten, ne? Bist du etwa schon müde? Spitze. Schön, dass dir das gefällt. So doll du kannst. Mir ist es unangenehm. Ich will weg. Das ist super. Okay. Das freut mich. Fester. Ich muss hier weg. Ich fühle mich frei wie der Wind. Dann werden wir frei sein. Ich komme im Leben. Keine mal eine Weizung. Ne manen. Keine mal eine Weizung. Keine mal eine Weizung. Moment, ihr Reizung. Geht mir los. Der schon mal weg. Fuck eine Metzion. Nele ohne Neizung. Heller war den. Keine mal eine Ratzeuge. Keine mal eine Weizung. Das war klasse! Timmit, nachdem er wieder alle in Valorant gecarried hat. Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Oh oh. Glutoniert haben sich, hätte er zurück, sollen wirklich die ... Oh mein Gott. Will in Ark. Wir suchen uns noch jemanden. Julian, Bäm, okay. Ich bin Julian Bäm, alle nennen mich Nutsho. Ja, dann machen wir das, komm, ich glaube das passt am besten. Und, wie läuft es in letzter Zeit so bei dir? Ist dein Leben spannend? Super, spannend. Schön zu hören, dass du dich gut amüsierst. Ich habe gelogen. Hallo? Digga, der Furz, du niest in mein Zuhause? Hör mal, wie ich Maluna imitiere. Luki. Haha, perfekt. Holen wir uns noch jemanden ran, komm. Niki! Ich bin Niki Nihaschul. Perfekt. So, was willst du jetzt schon wieder, Sterzig? Sieh dir bitte mal meinen Kopf genauer an. Lord have mercy. Hallo? Ach, da ist nichts. Ah, perfekt. Wann verliebt sich jemand? Wann gibt es immer wieder Drama? Okay, wir machen einfach noch jemanden, komm. Ab jetzt gehört die Insel nicht mehr mir. Ich bin Simon Unge. Alle nennen mich nur Unge. Da haben wir es. Soll ich ihm nur veganes Essen geben? Okay, vegan food only, komm. Wir versuchen es zumindest. Ich sehe es halt schon vor mir, dass so seine Lieblingsspeise so Schnitzel sein wird oder so. Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Dein Selbstvertrauen? Me too! Kann ich im Fotostudio Tolles machen. Ach, klasse. Twilight who? Wirklich. Deutsche Twilight. Guten Abend. Na? Ich wäre so gern mit Unge befreundet. Ich weiß nicht, ob... Letztes Mal ist das nicht so gut ausgegangen, aber... Ja, das ist doch super. Guck mal, wie er kichert wieder. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Sehr gerne. Oh! Look at them. Look at them. Oh! Sorry. Sorry! Der letzte ist einfach... Wow. They ask you how you are and you just have to say that you are fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Okay. Never understand. Es finden schon wieder drei Ereignisse gleichzeitig statt. Geil! Mega-Treff! Schon gehört, was über Timit erzählt wird? Oh, Lord. Komm, erzähl schon. Ich will's auch wissen. Ich lieb's auch wie die drei Spannauer, das sind richtig am Gossam. In letzter Zeit spiele ich nur noch die violetten Döner. Hä? Das klingt toll. Musst du mir mal ausleihen. Die was? Heiße Neuigkeiten. Ich bin neulich zehn Meter am Stück geschwommen. Zick! Schön für dich. Ich schaff aber ganz locker elf Meter. Mein Rekord liegt bei zwölf Metern. Aber was ist mit Timit? Gut. Was haben wir hier noch Schönes? Abendmahl. Kaufe hier die Original Wundertaschen. Habe ich diese Moneten? Vielen Dank. Time to get scammed. Ein Kassenbomb. Cool. Ein Chili. So viel kann ich nicht essen. Gut, dann warten wir halt noch. Was machen die da, Digga? Auch heute wird wieder eine interessante Frage gestellt. Fragen, die die Menschheit spaltet. Alle, die das sagen, werden rausgeworfen. Hm. Ich hab meinem Instinkt vertraut. Tja. Ich bin nicht überrascht, dass du da drauf gelandet bist, Apple Red. Das hätte ich schon als... Toni! Es entspricht halt meinem Lebensgefühl. It's giving... It's giving share. Jetzt bin ich single. So ne Scheiße. Es ist wieder Battle-Rap-Zeit. Ich rippe so lang, bis die Schwarte kracht. Die Schwarte kracht auf so ein underrated Statement. Meine Reime sind Feuer, soeben entfacht. Oh! Gnu hat letztes Mal, glaube ich, schon gewonnen. Wer dich Reime hört, stellt sich lieber tot. Holy Sh... Du tanzt wie ein, wie ein, nicht so gut. Oh Gott. Keine Chance. Komplett auseinandergenommen. Neuer Bewohner. Let's go. Ich bin Linda Basso. Ey! Oh, was ist hier Neues? Hab ich auch nicht nachgeguckt. Willkommen. Tanzverbot verkauft mir jetzt das Interieur. Ja. Mehr Bewohner. I guess. Nice. We did it. Real. Wir wünschen, es gäbe Schinken. Den könnte ich ihr den geben. Gronkh. Kutscher und stärzig. Bleibt unter uns. Aber rief, wirft mir oft verstohlene Blicke zu. Ist sicher hart, so attraktiv zu sein. Du siehst ganz einfach zu gut aus. So true, Feli. Demnächst will ich unbedingt mal Cornflakes probieren. What? Ich bin dabei. Das müssen wir unbedingt machen. Cornflakes probieren. In letzter Zeit fällt's mir echt schwer, morgens aufzustehen. Awww. Mir auch. Jeden Morgen bin ich so müde. Geht mir genauso. Die Girlies sind am Reden. Neuer Mi. Was soll's. Uh. Junge, ist das bad. Klasse. Kann Scherzig noch das Chili geben, nur wenn er Hunger hat. Hat Scherzig Hunger mittlerweile? Ah. Er hat auch keinen Hunger, aber er träumt. Eins. Zwei. Aber das. Nanu, was ist denn das? Mian, Schmatz. Jetzt geht's mir. Sehe wieder gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zölf, reißen, fürzehn, fünft, zählen. Drogen! Ne Eilmeldung? Da viele Bewohner von Heule so gern singen, findet in der Konzerthalle ein Casting statt. Jetzt können Bewohner, die die gleichen Lieder kennen, Gruppen bilden und gemeinsam aufsichten. Wer kann denn schon als Band singen? Ah, Max und Sterzig. Wie heißt diese Band? Hart, aber herzig ist es. Zwei! Zwei! Oh, grse Schmerz, nichts bleibt zurue Nur Mut und Pein, ich wein' allein, soll nun das mein Schicksal sein. Du kamst zu, jetzt bist du hier, warum ist einer allein? Ich weiß, wir zwei sind jetzt frei, unser Ziel ist nun ein Spanier. Ähm, I guess, ja, wir machen immer noch mehr Charaktere. Maxify, okay. Ich bin Maxify, alle nennen mich nur Maxify. Er ist Maxify, alle nennen ihn nur Maxify. Jetzt geöffnet Morgenmarkt. Diese Schoko-Croissants sind wirklich lecker. Ich habe versucht, den klassischen Geschmack traditioneller Anbieter zu kopieren. Mittagsmarkt. Diese Plüschjacke-Kleidkombis sehen immer und überall ganz fantastisch aus. Anni verkauft ihre Cosplays. Grillparty? Diesen Grill habe ich nach meinen eigenen Angaben für uns anfertigen lassen. Der ist so rund, da wird selbst bei wenig Kohle genug Wärme reflektiert und alles ist im Nudar. To be fair, das ist etwas, was Mango machen würde. Das ist ja schlimm. Ich möchte einen lässigen Hut, den ich in meiner Freizeit tragen kann. Na gut. Klamotten kann man kaufen, aber Style muss man haben. Ich würde dir gerne einen Reisegutschein schenken und dann gucken wir mal, was passiert. Was, das ist für mich? Ja. Toll, ich darf reisen. Jetzt geht's ab! Das Meer-Inhaber ist echt kristallklar. Lass uns ein Foto machen. Süß. Jetzt war wie öfter bei so einem Monat vielleicht im Urlaub als im richtigen Leben. Ähm. Komm mal heim. Ich habe da was für dich. Noch freust du dich. Eilmeldung. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Spielerrang angekündigt. Welchen Bewohner der Insel mag das Ebenbild von Niener wohl am liebsten? Ach, ist das mit wem ich am meisten interagiere? Oh. Und welche Bewohner kümmerst du dich besonders? Du solltest sie alle gleich behandeln. Ich kümmere mich am meisten am Sterzig. Dann um mich und dann um Wax. Perfekt. Und wie kümmere ich mich denn gar nicht? Oh. Das fixen wir heute. Das fixen wir. Das kriegen wir hin. Hier ist ein Brief angekommen. Komm, Aufsache. Ich muss dir etwas sagen. Timmit? Du kannst mich jederzeit anrufen. Egal was passiert. Ich weiß nicht, wer das ist. Silent Hill. Kalle. Ich glaube, eine Beziehung würde Stasi gut tun. Wie wär's denn mit Noob? Wisst ihr was? Schauen wir mal, was wird. Was wird? Sehr unauffällig, Kalle. Perfekt. Danke. Ich habe den Tag sehr genossen. Oh, Lord. Hier wir gehen. Das geht mir genauso. Dir auch vielen Dank. Kalle ist nicht glücklich. Sie kamen nicht so gut miteinander klar. Oh. Das geht bei Unge. Neulich hat mir Tanzverbot jede Menge englische Cremes gegeben. Er hat was gemacht? Wir bleiben bei der veganen Ernährung. Ähm, wie wär's mit Weißbrot? Mann, gibt's hier eine gute vegane Ernährung. Ich wäre so gern mit Noob befreundet. Na klar. Er lässt sich selbst hinein. Na klar, ihm gehört ja auch die Insel. Nice. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Sehr gerne. Nimm ne Grapefruit. Komplett ehrenlos. Sorry. Was ist wieder hier los mit den Nachrichten? Heute möchten wir euch ein Zuschauervideo zeigen. Nihachu hat uns diese Aufnahme geschickt. Der ja. Ah. Das war's. Oh. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Komplett ehrenlos. Okay. Hast du's gemerkt? Gronkh hat echt große Löcher in den Socken. Tatsächlich guck ich da nicht hin. Mango. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas richtig Uncooles. Du willst was Uncooles zum Anziehen? Du hast gesagt, du willst was Uncooles, Matteo. Aber das sind wieder Nachrichten. Heute findet wieder die sogenannte Katzenversammlung statt. Am 7. Spät in der Nacht werden sich auf dem Spielplatz im Heulepark Katzen zu einer Versammlung einfinden. Es sind sowohl Haus- als auch Straßenkatzen willkommen. Ferry Convention. Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. I can try. Ah. Nein, jetzt ist es weg. Weiblicher Orgasmus. Guten Abend. Hi. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Okay. Sie mag's. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Okay. Was zur Hölle? Ist ein Ab-18-Spray. Was für Kalle? Warum? Was war das? Ich bin gerade schlecht gelaunt. Rieft und ich hatten einen geraden Streit. Was bin ich mit? Oh, oh. Ich habe nicht angefangen, also entschuldige ich mich. Was geht bei Toni? Kalle und ich hatten einen geraden Streit. Was bin ich mit? Die Mädels sind schreit. Nein. Also gut. Ich gehe dann mal wagen. Ja, perfekt. Leben ist wieder gut. Du bist die Beste. Sie denkt an ihren Song für Nova und dann geht es ihr besser. Hoffentlich. Das hat gut getan. Das hat gut getan. Vielleicht muss genug jetzt schlichten. Kalle hat sich mit Rieft gestritten. Kalle will sich nicht wieder vertragen. Hilf ihnen. Überlass das nur mir. Ja. Okay, alles wieder gut. Perfekt. Ich habe heute etwas Gutes getan. Ich bin stolz auf dich. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Noch ein Haarfärbespray. Uh, können wir das geben, though? Rezo ist noch nicht drin. Wir heben uns auf für Leute, die mit gefärbtem Haaren. Was geht in den Nachrichten? Willkommen bei den Nie-Nachrichten um 6 Uhr. Rieft hat diese Woche eine Autobiografie veröffentlicht. Ja, endlich. Der Titel des Buchs lautet schlicht und einfach rieft. Rieft gab persönlich eine Autobahnstunde und rachte. Jetzt kennt ihr alle Details über mich. Nice. Es geht bei Mac. Oh, die zwei schon wieder. Wirklich. Oh, moin. Was möchte Cardi? Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Schrilles. Was Schrilles. Schrilles. Ist das schrill? Wir sehen. Okay. Ihr gefällt's? Ihr gefällt's? Das Leben ist lebenswert. Wenn Cardi glücklich ist, bin ich glücklich. Mother is mothering. Period. Okay, was möchte Niki? Ich hätte gern eine 1D-Kamera. Ich glaube, ich habe eine. Was für eine Art von Fotos soll ich aufnehmen? Bewohnerportraits. Dann mache ich mal ein paar Fotos. Jetzt bin ich gespannt. Sieh, was ich fotografiert habe. Ich weiß genau, dass einer jetzt dieses Einfügen wird von Wein. Das ist eine interessante Kombination von Menschen an einem Ort. Okay. Was möchte Sterzig? Ekelhaft. So ist er einfach, Solvay. So ist er. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ich habe dich vermisst. Okay. Ich glaube, eine Beziehung würde Sterzig gut tun. Du bist schon die zweite Person. Dann muss ich wohl dafür sorgen, dass die beiden sich treffen. Jetzt bin ich gespannt. Wird Sterzig jeweils eine Freundin bekommen? Oh, das ist genau das gleiche Date, was er mit Gnu hatte. Perfekt. Wenn das jetzt was wird, dann heulich. Danke. Ich habe den Tag sehr genossen. Das geht mir genauso. Dir auch vielen Dank. Aha. Nein, schon wieder nicht. Sterzig ist einfach unschippbar. Amore. Okay, okay. Ich habe ein Hundi. Seit wann habe ich ein Hundi? Träumt irgendjemand was? Oh, Matteo träumt. Cool. Oh, guckt euch an, wie die Hüften schwingen. Das ist so geil. Er hat so einen geilen Arsch. Ich meine was? Neue Möbelsachen. Oh, da bin ja ich. Wir haben Frühling. Für 400 Tacken. Antik. Für 280 Tacken. Europa. Für 150 Tacken. Alter, Gothic sieht über cool aus. Ich kaufe auf jeden Fall einmal Gothic. Und ich kaufe einmal Europa. Ich habe das Geld ja. Antik. Auch ganz cool. Aber Frühling kaufe ich, glaube ich, nicht. Gothic für Cardi. Uh, actually smart. Oh, Blumenmuster. Süß. Kaufe ich auch noch einmal. Das ist übel kitschig, aber ist mir egal. Japan der 50er Jahre. Gibt es auch. Oh, da schenke ich Dalu. Stimmungslichter. Oh, das ist auch geil. Kaufen wir auch einmal. Kein Verständnis. Danke für die neue Einrichtung. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Das ist toll. Das ist klasse. Oh, sind wieder Nachrichten? Es wurde eine neue Körperrollmethode zum Putzen des Bodens erfunden. Professor Lumenti mit ihrer jahrzehntelangen Forschungserfahrung im Bereich Putzmethoden füllte aus, dass die Bodenreinigung durch bloßes Herumrollen in angekleidetem Zustand auf dem Boden möglich sei. Ich bin beeindruckt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich weigere mich, diese Art von Meldung zu glauben. Real Lügenpresse. Ich will doch einfach nur mein Herzchen. Ich hätte so gern ein Herzchen irgendwo im Fenster. Ich wäre so gern mit Kadhi befreundet. Actually true. Oh, God bless. Es ist gut gelaufen. Yeah. Kadhi ist für mich mehr als nur ein guter Freund. Okay. What do you mean by that? Ich lese mein Horoskop immer. Aber ich glaube es nur, wenn es günstig ist. Paste. Ich würde ihr gerne was schenken. Und zwar das Gothic-Zimmer. Das will ich mir angucken. Wie sieht das hier aus? Oh, die Paddy ist da. Klasse. Katze! Das ist eine Katze? Katzi! Neue Bewohner. It's time! Kevin! Okay. Das wird wirklich papatastisch, Leute. Ich bin Kevin Zeller. Alle nennen mich nur Papatast. Ja, besser wird's nicht. Taddle? Alles gut? Was soll ich sagen, wenn mir etwas Sorgen bereitet? Ich lösche all meine Videos. Der spielt einfach Tomodachi live. In Tomodachi live. Wir leben in einer Simulation. Warum ist er die ganze Zeit so traurig? Der sitzt ja die ganze Zeit, als würde er gleich weinen. Oh mein Gott. Oh. Ich hab da was vor. 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 Und wieder im Bild von einem Tierpack bin ich, weil er meine Leis tat meine Schienes. Meine Schienes. Und du weißt, und du weißt, dass du mein Leben bist. Nicht erreicht. Klasse. Keil, GLP. Let's do it. Ich habe GLPs nie gefunden von vor fünf Jahren. Ich bin Manuel GLP. Alle nennen mich nur GLP. Das wird funktionieren. Nice. Oh, Daluca träumt. Was ist das denn eben? Alter, hier sind richtig Träume gerade. Ein Pfannwender. Was geht bei Kalle? Ich glaube, eine Beziehung würde Sterzig gut tun. Das hast du bereits probiert. Es sollen sich also Sterzig und Reef treffen. Bei irgendjemandem muss es doch funktionieren. Nein, die Arme, Reef. Oh mein Gott. Ihr seid gemein. Danke. Ich habe den Tag sehr genossen. Das geht mir genauso. Dir auch vielen Dank. Und? Es funktioniert schon wieder nicht. Sterzig ist unkumpelbar. Es geht nicht. Bitte schön. Ich habe den Tag sehr genossen. Geil. Wir machen einfach noch einen Bewohner. Neatbeats. Okay. Wie sieht Nix mir aus? Da gibt es doch auch Safe ein, oder? So sah der vor vier Jahren aus, Demi. Ich bin Neatbeats. Perfekt. Mann. Niemand verliebt sich. Der snippt danach noch. Okay, Nova. Holy... Wie viele Freunde es hier einfach hat. Ich bin Felix. Ja, pausche nämlich hin. Besser wird es doch nicht mehr. Ich habe da was für dich, mein Freund. Ach du Scheiße. Also, das ist ja furchtbar. Ich würde da drin halt nach fünf Minuten eine Psychose bekommen. Erstmal die Nachrichten checken. Seit kurzem gibt es Probleme mit Demi-Sträunern in den Vororten. Hä? Junge Demi-Sträuner sind sehr lieblich und geben ein prima Haustier ab. Heute findet wieder die sogenannte Katzenversammlung statt. Es gibt ein Ereignis. Fotograf anwesend. Ah, es geht wieder los. Reiß deinen Mund auf wie ein wildes Tier. Nein. Amango träumt. Okay. Aber ich will hier jetzt mal Drama. Das sieht gar nicht gut aus. Da war ein Herz. Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Nein. Ich möchte Heno einen Antrag machen. Ist das eine gute Idee? Girl, was? Okay. Welcher Ort wäre für einen Antrag wohl der beste? Äh, Feuerwerk. Sollte ich mich vorher umziehen? Nö. Den richtigen Zeitpunkt für den Antrag abzupassen macht mich nervös. Oh mein Gott! Okay, es ist passiert. Gib mir Bescheid, wenn Heno an mich denkt. Okay. Sollen wir uns hier hinsetzen? Gut, warum nicht? Denkt er jetzt an mich? Ist das nicht wunderschön? Was ist das Feuerwerk? 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 Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Hat gerade immer gesagt, boah, ist das ein geiles Feuerwerk? Oh, oh. Er denkt an Käse. Ist das nicht wunderschön? Yes. Ja. Jo. Der Daumen, Digga. Okay. Warum denkt er an Unge? Was ist schöner? Das Feuerwerk oder ich? Okay. Damn, girl. Du natürlich. Oh. Alter, ich habe fast gedrückt. Aber es ist genug. Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Schieß los. Möchtest du mich heiraten? Liebend gern. Oh. Wie ich mich freue. Und er sitzt da nur so. Okay, I guess. Es ist alles richtig gut gelaufen. Vielen Dank. Sehr gern. Gar kein Ding. Dann mal auf zur Hochzeit. Oh, okay. Okay. Alles klar. Es geht direkt los. Okay. Bruh. Die Frise ist ass. Oh. Wie da alle stehen. That's so cute. Why am I getting emotional? What the fuck? Süß. Cute. Oh. Cute. Steht da. Eh, Mann. Oh. Das Projekt Mie Viertel auf Hölle wurde fertiggestellt. Diese Gunn-Gegend richtet sich an frisch verheiratete Paare. Oh, okay. Ruhe ich da jetzt? Mit Max? Oh, süß. Schaut uns an. Soß. Ihr habt geheiratet? Yep. We did. Also in-game. In-game haben wir geheiratet. Es ist wieder Frauentreff. Schauen wir doch rein. Anion-Ri... Oh. Oh. Hm. Schockierende Neuigkeiten. Richtig schock. Akku-Rid hat es unfreiwillig geschafft, als Essiggurke durchzugehen, nachdem er ausgerutscht und in ein Einmachglas gefallen war. Pickle-Rig! Wirklich drollig ist das. Ihr wisst, wenn wir stärker mal das Hypnose-Set geben. Oh, das ging fix. Worum geht es bei Tomodachi? Darauf habe ich bis heute keine Antwort. Alter. Hier geht ab. Die müssen es einem aber auch wirklich unter die Nase rein. So, we get it. Ihr seid das Traumpaar. Wenn du nicht Lukas kennenlernen willst, raste ich aus. Mann! Schläft wer? Ah, ja. Das bleibt aber jetzt unter uns. Was ist das? Wenn du ein Restaurant genau um Mitternacht betrittst, findest du auf der Speisekarte nur ein Menü für Zombies. What? Alles nur geschwindet. Aha, alles nur erfunden. Was? Übelster Jump-Scare! What the f- Alles klar! Ich bin Jens Knossala. Alle nennen mich nur Knossi. Lebhaft-Abenteuer-Typ. We got it. Sieh, was ich fotografiert habe. Findest du nicht, dass das ein bisschen in die Privatsphäre eingreift, Kevin? How is me? Mauki! Ich bin Mauki, Fox. Perfekt. I have a spray. Kannst du eine nette Farbe für mich aussuchen? Yes, sir. Das passt. Ach, super. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. She's burger. Geh. Oh, mein Gott. Wenn du bei Soffen nach Hause kommst und noch so ein Stück Pizza dir reinknallen kannst. Du weißt doch, wie groß wir hier auf der Insel im Durchschnitt sind, oder? Nö. Ich sage immer 70 fürs Gefühl. Für den Film GLP-Man gegen Robo-Po-E fand kürzlich eine Pressekonferenz statt. Das ist mein Marvel. Dieser Film ist die Fortsetzung des beliebten Streifens GLP-Man aus dem letzten Jahr. Ich liebe GLP-Man. Das ist mein Lieblings-Superheld. Magst du etwas spielen? Yes. Oh, Ohrringe. Cool. Du, Halunke. Ups. Schade. Du. Weißt du, ich bräuchte ganz dringend 100 Euro. Gibst du mir Kredit? Okay. Vielen, vielen Dank. Das hilft mir wirklich sehr. Was machst du mit dem Geld? Oh. Holy. Hier. Eine Bratpfanne. Ich koche uns was Leckeres. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Das ist zu saftig und zart. Man muss kaum kauen. Das ganze Rosins Restaurant Reakten hat was gebracht. Oh, wow. Vielen Dank für die Hackpastete. Du betrittst den Club. Du bist heute so gut. Deine Haare sind perfekt. Du bist da frisch geduscht. Die Tanzfläche brennt. Und sie steht in der Mitte. Elektro-Titte. Elektro-Titte. Was ist noch Elektro-Titte? Deine Titten sind elektrisch. Ich bau täglich blieb. Unfassbar. Frauentreff. Wie kann ich nur ein wenig hübscher werden? Okay. Es reicht wirklich. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Oh oh. Er hat Beef mit Tanzverbot, glaube ich. Ich habe mich mit Tanzverbot gestritten. Ich bin so wütend. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Okay. Badeset. Das hat gut getan. Geht's dir besser? Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Perfekt. Oh, er ist saui. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Damn. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Danke. Wir haben uns vertragen. Perfekt. Ich habe Stärzig singen gehört. Er singt echt fantastisch. Ich habe Stärzig singen gehört. Okay, ich habe Stärzig singen gehört. Ich habe Stärzig singen gehört. Wiegt sie sich jetzt? Oh nein. Oh no. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Das habe ich getan. Hallihallo. Schön dich zu sehen. Na. Ich glaube, eine Beziehung würde starb Zitro tun. Wie viel versuchst du das jetzt? Ich glaube, der vierte oder fünfte. Oh wow. Und dasselbe Date. Dasselbe Song nochmal. Es ist halt immer das gleiche. Es ist durch das Thema. Das wird nichts. Ja. Obviamente wird das nichts. Sie kamen nicht so gut miteinander klar. Sind wir überrascht, Gronk? Sind wir überrascht? So, ich wollte Stärzig was kaufen. Mir fällt ihm schon ein wenig. Ja, immerhin hast du kein Kleid mehr an, okay? Ach du Schade. Guten Tag. Na, was kann ich für dich tun? Was ist eigentlich besser? In Saus und Braus leben und jung sterben? Oder vorsichtig und lang? Mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Jetzt ist Kevin im Hintergrund, tanzt es auch perfekt. Ich habe jetzt zwei iPhones. Ich weiß schon, du wirst dich verlieben. Ich will dich von dir an meinem Bund. Ich habe dich immer dabei. Wenn es dunkel wird. Klasse. Baba Song. In verschiedenen Zeitzonen unter dir. Ich will dich nie verlieren. Große Klasse. Oh mein Gott, endlich! Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? In wem wirst du für... Wer ist es? Ich habe... Ich muss es ihr sagen. Nein, ihr seid beste Freunde! Dann nehme ich jetzt alle Mut zusammen und gehe zu ihr. Oh mein Gott. Die Arme. Sie denkt, sie hat einen besten Freund. Aber er ist verliebt. Lass uns mehr als nur Freunde sein und eines Tages zusammen unsere Hochzeit planen. Jesus Christ! Nein, das geht nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hasst mich. Ich habe richtig hart Minuspunkte mit ihm. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie tolle Mädchen angekündigt. Not the time! Oh, sie hat das mitbekommen. Sie denkt, sie ist so... Oh nein, er ist komplett am Boden. Oh nein. Oh nein! Ich schenke ihm jetzt diesen Fedora-Hut. Milady. Vielleicht geht es ihm ja besser damit. Jippie! Das gefällt ihm total gut. Okay, wir sind gut dabei. Kann ich ihm noch irgendein Outfit schenken oder so? Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich bin so kurz davor. Komm, wir schaukeln noch ein bisschen, dann ist das Thema auch durch. Genauso. Noch doller, noch doller. Oh mein Gott. Ich fühle mich frei wie der Wind. Das merkt man. Ah, er ist alles wieder gut. Jippie! Es geht mir schon wieder viel besser. Das freut mich. Ich brauche einen neuen Hut. Ja, fair. Du kriegst den hier. Nice. Schnick. Schnack. Schnuck. Gewonnen. Die Stimmen werden lauter. Heute feiert der Luca Geburtstag. Er hat Geburtstag heute? La 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 la. Oh nein. Oh, jetzt sind sie da beide wieder. La 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 la. Wow. You put me in such a uncomfortable situation. Like, you know I'm not happy. Jibie! Ich will mir nah mit jemandem bekannt machen. Sollte ich ihr Nova vorstellen? Wir kennen uns doch nicht. Ja, bitte. Oh nein. Nein! Mein Leben ist ruiniert. Ich glaube, die beiden haben sich nicht so recht anfreunden können. Alle Scheiße, kann wer reden? Schreie in Autotune, wirklich. Okay. Wir sagen gar nichts. Platonische Freundschaften sind möglich. Na? Ich glaube, eine Beziehung würde sterben. Ich auch noch, du. The same date again. Danke. Ich habe den Tag sehr genossen. Ja, ich auch. Vielen Dank. Ja, siehste, funktioniert schon wieder nicht. It's just not happening. Alkohol. Ich liebe dich. Hier rumläuft. Phoebe. Okay. Ich bin Phoebe. Ja, passt schon irgendwie. Nice. Perfekt. David Hine. Ich bin David Hine. Nice. Tony. Na? Das Gesicht dazu. Ibi. Genug. Oh, oh. Angeblich hat sich Kalle in mich verliebt. Was sagst du dazu? Meinst du? Na gut. Vielleicht war das nur Wunschdenken von mir. Tamina, ich will Drama. Drama passiert. Nein, das passt nicht. Kann ich nicht irgendwie größer werden? Du bist schon groß genug. Wieso? Deine Größe ist doch perfekt. Ist genau richtig. Zu groß will man ja auch nicht. Wer soll das aushalten? Okay. Ich habe meinem Instinkt vertraut. Based GLP. Die, wir haben fünf Leute. Ist einfach besser, oder? Franzi. Ob das mal richtig ist. Felix. Unsere Eltern hätten dasselbe gesagt. Sterzik? Das hätte ich schon als Kind gewählt. Mateo. Ich weiß einfach, dass es für mich passt. Okay, da müssen wir nochmal fahren. Anni, du bist literally selbst queer. Ich mag halt diese Seite. Ich mag halt diese Seite. Wir sind doch ihr alle gleich. Based. Wir sind doch alles Menschen am Ende des Tages. Ich bin nur der Herde gefolgt. Oh. Heute feiert Sterzi Geburtstag. Ich will klatschen, aber Falco mag das nicht. Man ist eher glücklich. Oh mein Gott, ich will es. Auch nach unserer Hochzeit entdecke ich an Hanno noch neue Reize. Ich sag gar nichts dazu. Süß. Ja, das denke ich mir auch. Ich fühle mich zu Nova und Maluna hingezogen. Dem soll ich nur meine Gefühle offenbaren. Erst ist er unkoppelbar. Auf einmal will er zwei. Ich heule. Ja, aber wie reagiere ich denn jetzt da drauf? Drei explizit. Nein. Nimm Nova. Na gut. Ja, jetzt bin ich geschwörter. Er kriegt Korb. Tausendprozentig kriegt er den Korb. Unge sitzt schon da. Er weiß schon direkt. Oh, das gibt ein saftiges Riemen danach. Ich war bitter wie ein schwarzer Kaffee. Erst du hast Milch und Zucker in mein Leben gebracht. Bitte lass uns miteinander gehen. Er musste bitte... Nein, ich halte mein Maul. Bitte sag ich ja. Hey, warte. Niemand liebt dich mehr als ich. Unmöglich. Am allermeisten liebe ich dich. I think the fuck not here. Warte. Was? Mateo. The plot thickens. Ich komme nicht klar. Es ist einfach zu viele. Nein, ich liebe dich. Alter, alle wollen sie. Alle wollen sie. Nein, nein. Nein, nein. Wem von uns nimmst du? Nova. Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass du so fühlst wie ich. Sterzig. Oh mein Gott! Ain't no way. Ain't no way. Heute ist ein historischer Tag. Sterzig hat endlich eine Freude. Screaming, crying, throwing. Bist du mir so leid zu holen bei? Sebastian ist ein Ekliger. Ich muss mich kurz davon metal erholen. Ich glaube, Maluna und ich sind ziemlich gut betreundet. Was hältst du von Maluna und mir? Das dachte ich mir. Was ist denn heute los? Resthaar-Kunstperücke. Wie gemein ist das? Soll ich die Sterze geben? Für Sascha, Digga. Ich kann das alles nicht mehr, wirklich. What is this? What is this? Ein ekliger. Basti-GHG. Ja, keine Flamie, der aussieht. Mach ein Minecraft-Skin. Wie sieht sein Skin aus? Blaue Haare. Eine Hautfarbe, die nicht existiert. Ich kann ihm noch blaue Augen geben. Was? Ich bin Basti-GHG. Perfekt, Digga. Sweet. Ein Bausparvertrag. Wenn jetzt Haare dunkelblau fährt, ist das eigentlich gut. Ey, das ist so realistisch. Hi, Cardi. Nein, dann bin ich mit ihr. Oh mein Gott, das ist mein absoluter Traum. Dream Blunt Rotation. Und ich smoke nicht mal. Mal wieder hier auf Malle. Völlig knalle. Oh, Isa. Ich bin Isa Honeybooth. Alle nennen mich nur Honeybooth. Ja, I guess. Da haben wir es. Oh mein Gott. Süß. Ist jetzt einfach eingesteckt. Es ist nichts. Lass mich einfach ein wenig in Ruhe. Aha. Okay. Ich habe mich in Shoryoka verliebt. Ich muss es ihr sagen. Ich muss das Screenshoten. Ich muss das sofort Screenshoten. Ich bin es einfach. Ich bin es einfach. Stell dir die Welt ohne mich vor. Ist sie grau und leer? Dann lass mich Farbe in dein Leben bringen. Based. Oh Gott. Bitte lass es funktionieren. Einen Moment. Kutsche? Der Geil rennt den ganzen Weg. Spring über den Zaun. Nur ich kann dich wirklich lieben. Oh mein Gott. Schwachsinn. Ich liebe dich am meisten. Schwachsinn. Einen Moment. Noch jemand? Kupatsi? Bruh. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Oh, Pia, bitte. Pia, mach nichts Dummes. Den von uns nimmst du, Shoujo-Kar. Was? Pia, lass mich abgestoßen sein. Digga, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Bist du mit dieser Wahl einverstanden? Oh Mann, jetzt verwehre ich hier den Leuten ihre Liebe, nur weil es nicht in unser Händen passt. Jetzt sind sie schockiert. Richtig schockiert. Jetzt hat keine Liebeskummer. So ein Sch*** ist. Ach, da drauf. Was macht Sterzig da? Er sucht nach den Zabs, Leute. Es ist am helllichten Tage zu einer Toilettenübernahme gekommen. Gestern am frühen Nachmittag ließ Timmy versehentlich einen Fahren und wurde dafür ausgelacht. Peinlich berührt verbarrikadierte er sich daraufhin in einer öffentlichen Toilette. Das sind die Dinge, die das Leben erst interessant machen. I guess. Not this. Oh, jetzt sieht er aus wie halt ein Predator. Ja. Ja! Dann muss ich wohl dafür sorgen, dass die beiden sich treffen. Bitte! Redemption Arc! Oh nein, es ist wieder dasselbe Date und es ist von Sterzig organisiert. Es ist doomed. Dafür hat er geübt. Dafür hat er geübt. Oh, guck mal, wie glücklich die sind. Oh mein Gott! Das ist anders! Das ist anders als sonst! Wir sollten öfter gemeinsam etwas unternehmen. Ja! Das ist das erste Mal, dass ein Date geklappt hat! Holy Sch***! Sterzig! Der Unkuppelbare wird zum Kuppler! All das Wissen, was er mit den Failed Dates erlangt hat, konnte er nun endlich benutzen. Ich bin so glücklich. Das ist literally an, wie beim Cosplay machen. ...desen Outfit wird ganz einfach. Perfekt. Sweet! Actually cute! Ich habe Drei-Massenschneiden geübt. Willst du mal eine sehen? Ja. Sieht aus wie das normale Gesicht von Knossi. Ah! Digga, was ist hier los? Was ist hier los? Oh mein Gott. Will sie ihn jetzt heiraten? Oh nein, sie will ihn heiraten. Ich hab gesagt, ihr sollt euch trennen! Nicht heiraten! Da ist ein Marienkäfer auf deinem Kopf. Oh mein Gott. So, bitteschön. Das ist doch nicht wahr! Ich möchte Sterzig einen Antrag machen. Ist das eine gute Idee? Oh mein Gott. Gib mir Bescheid, wenn Sterzig an mich denkt. Soll ich versche... Nein, das ist gemein. Digga, wie er da sitzt. Das geht doch nicht. Ich hoffe, er denkt an Chili oder so. Ich hoffe, Anjur fügt wieder was Lustiges ein, wie beim letzten Mal. Oh mein... Ja, okay. Nevermind. Er muss sogar nicht einfügen. Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Was denn? Oh Lord. Here we are. Möchtest du mich heiraten? Oh mein Gott. Ich fass es nicht, dass das hier passiert. Aber ja doch. Oh mein Gott. Es passiert wirklich. Ich kack mich voll. Oh mein Gott. Und ich hab nicht mal Chili gegessen. Bin ich nicht mal da? Ich bin nicht mal da. Ich wurde nicht eingeladen. Ich bin so sauer. Ich hoffe, die lassen sich scheiden. Oh mein Gott. Die machen denn noch Hochzeitsreise nach Peru? Ich kann das nicht. Die Malereien von Nazca sind riesig. Wie haben die das nur geschafft? Aliens. In dieser Sch*** Unterhose, Digga. Die Leute am Titicacasee sind so herzlich. Titicacasee. Bitte sie weiter nach uns, auch wenn wir jetzt verheiratet sind. Oh mein Gott. Ich glaub das nicht. Ich glaub das alles nicht. Ich glaub das alles nicht. Wirklich. Ich kann nicht mehr. Ich würde Nova gern ausführen. Aber wohin nur? Jetzt wollen die noch ein Date mal? Oh mein Gott. Die... Jetzt dürfen wir den auch noch bei einem Date zugucken. Digga. Nova giggling and kicking her feet. Das ist unfassbar. Ich hasse Pärchen. Jung ist das scary. Das ist doch jetzt wirklich ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Ich... Ich habe mich in Rift verliebt. Oh mein Gott. Frühlingsgefühle bei allen... Alter, alle sind horny as f***. Moody, wie soll ich es ihr sagen? Zieh eine Show ab. Ich will wissen, was passiert, wenn man eine Show abzieht. Oh mein Gott. Hast du's immer noch nicht bemerkt? Im Ernst? Ich bin verliebt in dich. Wow. Erstmal sie dumm fühlen lassen. Mit Freuden werde ich die Deine. Das war's? Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Und ich dachte wirklich, es kann nicht mehr schlimmer werden. Ich bin Sebastian Mayer. Alle nennen mich nur... Gewinnzeit. Ich bin Gamer. Ja, besser wird's nicht. Yes! Die beide Girlies mit unseren Laptops. Beide am Laptop TikToks gucken. Amazing. Krone auf dem Kopf und die auf dem Gehren. Wenn mir nonstop, wenn mir nonstop, wenn mir nonstop, wenn im Internet einkommt, wie regiert hier das Land. Alle wissen doch, alle wissen doch, es ist der Glück, der hat der Schiff. Eins, vier. den Chat. Und hat nur nen Dreier gesetzt. Die Blume, Digga. Eins, den schnitt. Alge, Alge, Alge. Digga. Alge, 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 Alge. Scheiß, Fluss. Amazing. Er kriegt ein Mobiltelefon, denn er hat zwei iPhones. Babe, er weiß schon, du wirst dich verlieben. Ah, guck mal hier, da ist er direkt am Moves-Maken. Lies Muscheln. Was hältst du davon? Ja, ja. Ja, ja. Er macht Business. Oh mein Gott, ich will das. Das ist mein Look. Neue Girl Cave Drop, be like. Gamba Time. Let's go. Es ist Gamba Time. Also eigentlich haben wir noch eine Wette offen, wo du mir, naja, Eis vom Schwanz lecken musst. Ja, du hast recht, Max. Vielleicht mache ich es irgendwann mal. What the fuck, das ist kein Witz. Die hatten irgendeine Wette am Laufen. Ich weiß nicht, um was es ging. Ob es irgendwas Dark Souls-mäßiges oder was weiß ich war. Aber Matteo meinte, wenn Max das schafft, leckt er ihm Schwanz Eis vom Schwanz. Und Max hat es dann geschafft. Und seitdem ziehen wir aber Theo halt immer mit Eis auf. Ist hier irgendwas Spannendes? Oh, zwischenmenschliche Probleme bei mir. Endlich ist es mal realistisch. Well. Ich habe gehört, dass Knossi mit mir befreundet sein will. Cool. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Law accurate Knossi. Oh mein Gott, ich bin mit Knossi befreundet. Ich glaube, eine Beziehung würde Tanzverbot gut tun. Wie wär's denn mit Knob? What the fuck? Ey, es wird eh nicht klappen. Right? Es wird eh nicht klappen. Es wird eh nicht klappen. Es wird ja halt auch nicht klappen, tatsächlich. Also es wird ja halt auch nixi. Wird nichts. Wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Oh nein. Oh nein. Das war ein schöner Tag heute. Oh nein. Wir sollten öfter gemeinsam etwas unternehmen. Oh mein Gott. Hey, wir haben ein neues Paar. Ist das nicht super? Super. Was ein Mann. Jetzt sind die einfach zusammen. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Ja, und ich möchte, dass hier mal bessere Paare entstehen. Wir kriegen nicht alle, was wir wollen, okay? extra Blatt, extra Blatt. Niki, was kann ich für dich tun? Hast du eine schlimme Erinnerung? Welches Gefühl herrscht davor? Girl, frag mich straight up, ob ich Trauma habe. Ja komm, lass uns ein paar mehr Leute reinholen. Bram, okay. Ich bin den Miss Bram. Alle nennen mich nur Bram. So. Da haben wir ihn. Alter, hier geht es ja überall ab jetzt. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Aha. Hier, schöner Look. Für wenn du auf deinem Bauernhof auf Madeira arbeitest. Peterluss, ich teile Beat. Okay, sieht auch nicht so gut aus. Ich brauche einen neuen Hut. Er braucht einen neuen Hut. Komm, dann ist es endlich mal Zeit. Es ist Zeit für die Red-Mütze. Look. Bester Freundeskong. Ey, ich bin genauso hörwürt wie ihr. Oh, Nova, was willst du denn? Willst du dich nicht vielleicht auch scheiden lassen? Was will Heno? Hallo. Na, mein Schatz. Wie im Real Life. Mango ist zu Besuch im Haus von Sterzig und Nova. Schock. Oh mein Gott, was sehen die da bitte? Die sehen, dass einfach nur ein geringer Prozentsatz diesen Kanal abonniert haben. Das ist, was sie sehen. Schockierend. Schockierend. Nova ist in ihrem Haus, Sterzig ist in seinem Haus, ich bin in meinem Haus und Max ist bei Matteo. Wait a minute. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe mir noch eine Wette offen, wo du mir naja, Eis vom Schwanz lecken musst. Ja, du bist recht, Max. Hm. Boah, diese Mucke. Oh mein Gott. Digga. Und ich? Oh mein Gott. Der Cut. Heute haben wir eine besondere Videonachricht von einem Zuschauer erhalten. Ich bin's, Maxify. Sieg nur, hab ich für euch gemacht. Oh. Wollt ihr nicht vorbeikommen, damit wir Freunde werden können? Oh. Oh. Deine Reime sind doch nur Wittlöse und Krach. Dich besieg ich, ich besieg dich hundertfach. Sie sind gut dabei. Meine Reime sind groß, deine Reime sind klein. Genauso wie dein Schwe... Dein Flo ist ne Schande, die Himmelberg schreit. Mein Reimzertifikat wirkt für Reinbrauchbarkeit. Digga. Die Leute, die diese Lines geschrieben haben, haben sich ja, glaube ich, wie die krassesten Leute ever gefühlt. Und sie waren es. Klamotten. Farbenfrohschal. Oh, der macht ja... Also, da wirst du halt gefragt, ob du schwanger bist in dem Ding. Aber ich find's, das ist halt auch irgendwie swag. Mullnachthemd. Oh, Slay. Smoking. Alter, die Cargo's ist ja übercool. Das ist ja über der Look. Oh. 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 Keirschstammler sieht ein bisschen weird aus. So, und dann gucken wir hier noch. Bretterbude. Oh mein Gott, ist das traurig. Seven vs. Wild einfach. Küche. Für alle Frauen. Natürlich. Musikliebhaber. Oh, das ist übergeil. Das schenke ich Taddel. Danke für die neue Einrichtung. Aha, endlich jemand mit Geschmäck. Irgendwie ist das komplett scheiße. Digga, die Bewegung hat mich gerade komplett verwirrt, ne? Was ist das? Das geht nicht. Ne, ich muss hier weg. Oh mein Gott, ich hab vergessen, wie er aussieht. Jim Knopf looking ass. Oh, ihr Saui. Ich bin echt sauer im Moment. Hm, warum? Mit Unge gestritten. Ich habe mich mit Unge gestritten. Ich bin echt sauer im Moment. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Glaubst du mit einem Sorry wäre die Sache vom Tisch? Oh, wie unangenehm. Just one. Es hat nicht geklappt. Das ist ja wieder hell. Art imitates life. Oh, Nachrichten. Was die GHG hat sich an der beliebten Insel Herausforderung versucht. What the hell is even that? Folgende Frage zu klären. Wie weit kann man sein Gesicht ähnen? Interessante Minecraft Challenge. Was die GHG ließ die... Und stellte sich der Herausforderung. Nach einem erfolgreichen Start. Was die GHG ist auf... 2,5 Zentimeter an den Weltrekord heran. Musst du dann aber doch aufgeben. Ich kann das alles nicht mehr. Oh mein Gott. Coole Cap. Eine Hasenohrschleife. Suß. Hat so einfach... Oh mein Gott. Oh, was will Toni? Ich würde Paxi gern ausführen. Aber wohin nur? Ich habe vergessen, dass das passiert ist. Ah, die beiden da hinten. Frisch verliebt versus sieben Jahre Beziehung. Ich sage es euch. Law inaccurate, Mumba. Ich kann ja auch glauben, wie die Priester ist. Ich ziehe ihm was anderes an. Das geht so nicht. Ja, das ist besser. Danke für die neue Einrichtung. Ist wirklich sehr individuell. Ja, da sitzt er jetzt. Und schreibt die neueste Review bei MantaManta 2. Till Schweiger ist ein Hupen. Was will Nova? Sieh dir bitte mal meinen Kopf genauer an. Tschüss in der Lai. Sterzig ist der Ehemann, den ich mir immer erträumt habe. So, was mit Mangos? Ich denke, Nova und ich sind richtig gut befreundet. Was hältst du von Nova und mir? Ist er jetzt der Homewrecker von Nova und Sterzig? Das wäre insanees Storytelling. Das wäre insane. Ja. Wer duscht denn dort? What the fuck? Haha. Das ist einfach... Maximilian Paulkei ist knapp. Abmark! Ja, gelber! Dafür hat es sich gelohnt, 50 Euro auszugeben. Willkommen. Hi. Die moderne Frau. Ach, das kaufen wir doch auch mal, ne? Ist doch wichtig, dass man die moderne Frau heutzutage ist, emanzipiert und der ganze... Das kennen wir alles schon. Danke für die neue Einrichtung. Hat eine Menge Spiel. Hier kann man sicher gut entspannen. Das ist deine Meinung. Was möchtest du, Queen? Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Say no more, Queen. Say no more. Say no more! Ich hoffe, es ist ein Slay. Es ist ein Slay. Mit Star zieht einfach nur so zu reden. Das ist für mich das Schönste. So, was sind die Nachrichten? Die Frage, die sich alle stellen. Laut der letzten Umfrage des Mayer Forschungsinstituts verbringt auf Hölle eindeutig Apporät am meisten Zeit auf der Toilette. Gefolgt wird Apporät von Miena. Ja, das ist akkurat. Das waren die Mienachrichten um 6 Uhr. Vielen herzlichen Dank für diesen Journalismus. Ich habe mir sagen lassen, dass wenn ein Paar noch mal in Urlaub geht, dass dann da gegebenenfalls was passiert. Ich schicke jetzt mich und Max auf eine Reise. Ich darf reisen. Ja. Oh, Amerika. Geil. Seattle hat echt eine tolle Skyline. Seattle. Lass uns ein Foto machen. Ich will echt mit Max nach Amerika. Das wäre so cool. Die Freiheitsstatue ist das Wahrzeichen von New York. Dabei kommt sie eigentlich aus Frankreich. Man lernt hier sogar noch was. Lass uns ein Foto machen. Oh. Machen wir jetzt ein Kind? Ah, das hat Spaß gemacht. Das ist alles? Hier, ein Souvenir für dich. Das Souvenir ist hoffentlich ein positiver Schwangerschaftspass. Und so einen coolen Ball. Sei mir bitte nicht böse. Ja, dann vergiss halt mal Birth Control. So, what the fuck? Keine Sorge. Vielleicht die beiden. Ich habe noch ein Reiseticket. Das ist für mich? Ja, ja. Toll, ich darf reisen. Die Leute am Titicacase. Ja, da ist er wieder. Der Titicacase. Woo. Die Werkkette von La Raga ist so hoch. Man ist fast so hoch wie beim Fliegen. Lass uns ein Foto machen. Klasse. Ah, das hat Spaß gemacht. Kind. Hier, ein Souvenir für dich. Ein Kind. Ein Kind. Haarflöte. Es ist mal wieder Zeit. Dann machen wir jetzt Rezo. Ich bin Riso, ja, lo, ja. Alle nennen mich nur Riso. Perfekt. Jetzt wird ein Schuh draus. Der war saftig. Ich brauche einen formellen Hut. Na gut. Nichts davon ist wirklich formell, ne? Also absolut gar nichts. Eis-Creme-Hut. Oh, oh. Geil. Okay, Colleen. Macht. Ein Kind. Oh, das Powerplatte. Depressiv. Mein Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Käffi-Aui im Bauch. Das Mittel hat geholfen. Ich fühle mich so leer. Er will Franzi einen Antrag machen. Ich müsste dich etwas sehr Wichtiges fragen. Ja! Was denn? Möchtest du mich heiraten? Liebend gern. Ja, ich will. Oh. Oh. Nova? Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Es ist endlich vorbei. Bin ich frei? Ich hätte gern ein Kind gemeinsam mit Stasi. Ja! Oh. Hallo. Oh, das Telefon klingelt. Stell dir nur vor. Wir haben ein Baby. Es ist ein Baby. Oh, oh mein Gott. Und? Sieht das Baby? Ach, du heilige Scheiße. Ähm. Nein. Ehrlich. Hey, ist toll. Oh, jetzt bin ich gespannt. Heidi! Hey, fantastisch! Ach, du Scheiße. Flirtgranate. Wir werden uns gut um Heidi kümmern. Ich freue mich so für euch. Wirklich. Ich kümmere dich auch gut um sie. Hauptsächlich bin ich froh, dass ich endlich frei bin. War es das jetzt? Oh! Entschuldigung. Heidi wird einfach nicht aufzuweinen. Kannst du sie nicht etwas aufheitern? So, wir machen jetzt mal Babyfotos. Ach, du Scheiße. Toll. Wie lange dauert das, bis so ein Kind erwachsen wird? Er geht es vier Tage. Echt? Skippen wir die? Sterzig ist in seinem Haus und hütet den Nachwuchs. Sterze, keine Kind. Ja, ist das eben gerade passiert. Fast. Jetzt, Leute, ist erst reingekommen. So, what the f*** happened? Ist das Kind jetzt groß? Das läuft jetzt! Würdest du ein wenig mit Heidi spielen? Lass los! Das ist krass. Bitte nicht nachmachen. Hallo? Leute, it's over. Heidi ist im Elternhaus entwachsen. Don't care. Ich hoffe, du bleibst dieser Familie wohlgesonnen. Ich war dieser Familie nie wohlgesonnen. Nimm das hier als Erinnerung. Ich war dieser Familie wohlgesonnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jesus Christ, Kindheitstrauma Und das alles ist in sieben Tagen passiert, mind you Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 No more, Leute, it's Jova It's Jova It's Jova